Das brennende Fritteusenfett. Sie sehen in diesem kleinen Behälter wie viel Wasser ich hier drin habe. Kann man ganz gut sehen. Ich werde dieses Wasser jetzt mal in diese brennende Fritteuse kippen. Sie werden sehen, was für eine schlachtartige, spontanische Anforderung ich vom Wasser habe. Und zusätzlich, was für eine schnell ablaufende Verbrennung dadurch entsteht. Und Händchen reiben. Alles bereit? Ja. Wie warm war das denn? Wie warm war das denn? Wie warm war das denn? Wie warm war das? Scheiße, die war das. Tja und das passiert in der 2x2 Quadratmeter großen Küche. Das wäre schon sehr eindrucksvoll gewesen, oder? Aber wirklich, ja. Das brennt nicht mehr. Das brennt nicht mehr. Das brennt nicht mehr drin. Pass auf , gleich kriegst du die Wolke. Ja Arndt Feuerwehr schon da, Arndt. Liegt los! Schnell! Es brennt! Schnell! Schnell Arndt! Holland brennt! Man kann jetzt sehr schön sehen, dass er von oben rein hält, ne? Ja, sollte er nicht, ne? Wenn er die Pulverwolke vor sich her schiebt, wie er es am Anfang gemacht hat, ruhig auf dem so stehen bleiben, dass er die Pulverwolke auch wirklich die Chance hat, rüberzulegen über die Wand. Ja, genau. Sauber! Ja, super! Ja, ja das kuchen wir, das wären mehrere Haussekorten. Guck mal, er duckt schon in geduckter Haltung, er hat das schon gemacht. Jetzt, sauber! Was bauen wir Bär mit dem Kleinen, ne? Der Größe mit dem Kleinen. Aber von mir kommt nichts. Druck mal, Druck mal, warte. Gedrückt halten! Passiert nicht? Ja, ha, ha! So, an den Stück wieder zurück. Guck mal, warum wir gar nicht? Vielleicht mit drei Mann dann haltet hin. Ja, das ist ein Großbrand, du. Du filmst das, ne? Ja? Ja. Sehr gut. Fall da nicht rein, du. Rutsch nicht aus. Ja. Oh, herrlich war'm. Oh, schön war'm. Ein bisschen aufhören, bevor ich das aufzeige. Genau. Auf geht's. Es bremscht! Feuer! Feuer! Ja! 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 Ja, ist schon aus. Ja! Ja! Das ist Können gewesen! Ja! Das ist so aus. Oh, herrlich schön warm hier. Feuer! 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 So, und jetzt los, gut, dann gehen wir ran, ruhig von vorne, genau, jetzt ziehen wir gleich nach, so, weiter schnell, schnell, jetzt rennt man, stimmt, genau, unter den Locken, von der Seite, ruhig übersteigen hier, genau, und jetzt runter, genau, super, perfekt, und aufstehen bitte, weil die Frauen helfen, ich bei den Männern nicht, alles klar, der ist nämlich schwer, super, genau, einmal reingreifen, die Spannwarte verändern, genau, und jetzt los, genau, hier schön überkreuzen, rübersteigen, genau, und schön unter den Locken, zwischen den Beinen, perfekt, super, und Händchen, und ran, so, ja, perfekt, ja, nicht wegziehen, gleich rum, genau, hinlegen, beim rübersteigen, oder dampft noch richtig hier, Johnny, Man kann auch ab und zu sehen, dass das hier unter der Decke weiterbrennt, das heißt, hier haben wir einen Nutschuhe, da kommt den Daumen entfernt, da, so, genau, Und der von oben so... Nicht diesen Schwung. Gut, super. Alles halb so wild. Noch mal zu der Frage, wenn wir tatsächlich so eine Person haben. Dann gehen wir in der Regel...